Trainiert lieber mal, als auf der Couch so rumzusitzen. Das ist gerade zwischen zwei Einheiten. Wir machen kurz den Termin und dann geht es weiter ans Eingemachte und wir trainieren weiter. Eine Original-Trip-Advisor-Bewertung über den Stadionbesuch. Toiletten sauber, Wasser am Waschbecken spritzt aber total. Wenigstens wäschte, dass ich die Hände lebe. Wer noch nie von Holger Badstuber angemutzt wurde, hat den Fußball nicht geliebt. Ja, so ist er halt, aber es ist alles im Rahmen. Tommi ist auch eher einer, der eine Party schmeißt und währenddessen schon anfängt, mit dem Handsauger Krümel wegzumachen. Also, wenn ich ihn schmeißen würde, würde es auf jeden Fall gelingen zu Essen und Training geben. Nee, aber der wäre der Erste, der morgens um sechs schon wieder Frusttraining macht, um sich den Dreck, den er reingefressen hat und getrunken hat, wieder abzutrainieren. Wogegen ist Marc allergisch? Gegen Gegenspieler. Wie wärmst du denn mal weg? Tippe mal, ohne hinzusehen, den Namen deines Nebensitzers. So, Alter. Das ist Dennis Ongo auf Serbisch. Das könnte ich nicht. Hättest du lieber einen Kickschuh, der deinen Namen trägt, oder eine Modekollektion? Dann hätte ich dann doch lieber einen eigenen Kickschuh. Wobei ich glaube, dass den Stand jetzt weniger kaufen würden. Auf einer Hockeyball-Warskala von eins bis zehn, wie viel gibt jeder von euch im Abstiegskampf? Es gibt nichts außer zehn. Wer weniger gibt, der bleibt auf der Strecke. Ich bin VfB-Fan und ihr dachtet, ihr hättet Probleme. Denkt ihr immer, weil uns berührt das nicht? Also uns geht das genauso, wenn das unser Scheiß ist. Mindestens genauso. Wir halten die Klasse, weil wir einfach in die erste Liga gehören. Ich bin ein positiver Ding. Ich bin Erik Tommi und gemeinsam schaffen wir das. Ich bin Gonzalo Castro und wir packen das. Ich bin Dennis Aogo und ich appelliere an euch nochmal alles gemeinsam rauszuhaben. Ich bin Marco Odor Kempf und gemeinsam mit euch schaffen wir das. Ich bin Jens Graal und wir zählen auf euch. Ich bin Holger Bartstuber und ich bin felsenfest von überzeugt, dass wir die Liga halten. Und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten. Wir beide freuen.